So, alle auf ihre Plätze! Psst! Ristorante! Allegro! Nee, Ristorante! Allegro! Ristorante, Ristorante, Ristorante! Allegro, 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 Allegro! Renato? Was ist mit dem Nachtisch? Wir machen gleich auf! Ab in die Küche! Und Willi, wo sind die Speisekarten? Oh, Speisekarte? Na, du bist eine tolle Hilfe! Typisch kleiner Bruder! Ah! Ah, da! Va bene! Gibst du hier die Speisekarte? Wunderbar! Willi, ich habe Speisekarte! Äh, 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 äh! Ich habe gefunden, ich schaue rein! Was ist? Ist dein Vater ein Pinguin? Was ist denn dein Problem? Was hast du für komische Handschrift? Ich verstehe nicht! Ah! Ich verstehe! Ihr kapischt! Du bist ja die Chefkoch von die guten Tone! Ah! Ha! Und, äh, hast du gute Leute bei dir in die Küche? Na ja, ja. Oh, ich heiß auch Willi! Nein, er hatte gesagt Vicky! Verstehst du nicht Willi, Vicky! Verstehst du wie Vicky, wie Vicky, wie Vicky, wie... Ehh, wie Vicky und die starke Männer! Psst! Ja, eine Frau ist gut! No, 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 Ludwig Vicky! Ah, scusi, perdona, es ist meine Fehler, ich habe mich nicht sofort verstanden, es ist klar, Ludoviki. Ludoviki, habe ich gerade eine großartige Idee, machen wir zusammen leckere Rezepte, gemeinsam. Du, du nach die leckere Rezepte von die gute Tone, und ich nach die leckere Rezepte von die gute Geschmack. Hey, Lili, kannst du direkt auf die Karte schreiben? Grämer Fantasia a la Renato e Ludoviki. Hey, Willi, aber du machst hier mit deiner komischen Hand Schrifte, und ich mache Senza Partitura, einfach nur aus dem Kopf. Hey, Willi, was machst du da mit dem blöden Besen?